He he he, spezieller Wünsche, Mie. Solange ihr Gold habt, könnt ihr so viele Waren ausprobieren, wie ihr wollt. Und falls eine Ärger machen sollte, lasst es mich wissen. Und noch etwas. Passt auf die alte Madame da drüben auf. Sie will die Besitzurkunde für dieses Haus und dafür wendet sie jeden schmutzigen Trick an. Ah, ihr volles rotes Haar hat mich ganz wild gemacht, als sie jünger war. Aber heutzutage hat sie den Sex-Appeal eines toten Schweins. Statt mir meine Geheimnisse im Bett zu entlocken, versucht sie, mich betrunken zu machen. Ich bin einmal fast drauf reingefallen, aber nur fast. Ich bin der Boss und so bleibt es auch. Aber achtet nicht auf mein Geplapper, das sind meine Probleme. Ja, los, 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 los. Vergnügt euch, Sir. Oh. Mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass wir das jetzt machen. Brauchen ein Stück des Kleidchen. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Jetzt sind wir ein wunderschönes Etwas. Ach, Bier habe ich sogar noch in den Tor. Schätze, Assisino ist sein wirklicher Name. Mh, ein kaltes Bier ist das Größte. Danke sehr, meine Dame. Oh Gott. Oh Gott. Was möchte denn das Spiel? Noch ein Bier. Noch ein Bier. Ja. Danke, Zuckerpöppchen. Oh. Das wievielte ist das? Das vierte? Ich habe mich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Ach, du Grüne. Bier. Nein. Das mag ich. Euch mag ich auch. Ich glaube, ich habe mich verliebt, Hasimausi. Oh Gott. Sechs? Mächtiger Arvo. Ich fühle mich nicht so gut. Ich denke, ich lege mich oben bis hierhin, meine Süße. Feinlich. Guck da. Boah. Ach, ihr seid es, Boss. Alles in Ordnung? Ich, äh, hatte wohl ein paar zu viel. Ihr gehört ins Bett. Schlaft euch aus. Werdet ihr mit ihm fertig? Also, dann mal rein. Oh. Ihr glaubt, ihr könntet mir das Bordell unter der Nase stehlen. Ohne Besitzurkunden kommt ihr nicht weiter. Und die sind sicher versteckt. Tja, oh, ja. Niemand wird sie unter dem alten Baum. Am See suchen. Oh, mein Kopf. Hab wohl ein ganzes Fassbier getrunken. Hoffentlich hab ich nicht wieder im Schlaf geredet. Alter Baum am See. Wenn das mal kein guter Tipp war. Ich behalte euch im Auge! Haben wir nicht hier gesucht? Haben wir nicht hier gesucht? Oder geht es erst jetzt, da wo wir... ...das genaue Wissen? Tada! Oh, okay! Damit seid ihr wohl jetzt der neue Eigentümer! Ah, so treffen wir uns wieder! Aha! Hallo, Sir! Ich habe mit den Mädels geredet und... Naja, wir haben genug von diesem Leben und jetzt, wo der alte Grobe weg ist... Ich weiß, es ist viel verlangt, aber vielleicht könntet ihr dieses Haus zu einer Zuflucht für Frauen in Not machen! Ähm... Was? Seid ihr sicher, Sir? Wenn sie erstmal die Freiheit geschnuppert haben, arbeiten meine Mädels nie mehr als Prostituierte! Sollen sie auch, Garnard! Oh! Oh, wirklich! Oh! Mädchen! Ihr müsst nicht mehr arbeiten! Ihr seid frei! Nein! Wir sind euch sehr dankbar! Wir sehen, dass es im Leben mehr gibt, als die Lust, die dieses Haus erfüllte! Ich habe genug Gold verdient, um mich selbstständig zu machen, aber... Ich weiß nicht! Das hier ist meine Familie! Und hier kann ich mit dem Geld Gutes tun! Oh! Ich sollte lieber... Unheilig! Ich weiß ja mehr aus, wie euer ehemaliger Chef! Mal gucken, was die Dämonentür dazu sagt! Ich glaube, ich hätte eher noch ran... Ich hätte noch öfter ran müssen... Euer Ruf als Bett hier! Mist! Mist, wir hätten es nicht schließen dürfen! Gott! Ich überlege gerade, wo uns ein Haus gehört! Wir gehen einfach nach Oakvale! Suche uns dort eine Frau! Ja, und heiraten! Klingt doch nach einem super Plan, oder? Gerade so ein Oakvale! Was ist ja... Das ist meiner Meinung nach so das... Das schönste Dürfchen ist, was es hier so weitermbreit gibt! Ja, ich denke, hier... Hier lohnt es sich! Bitte! Keine Gewalt! Eine... So, hier steht hier aber auch nichts Genaues! Hm... Schon ärgerlich... Ähm... Ja, aber sollten wir ja eigentlich hier eine Frau suchen! Mir ist doch gerade so eingefallen... Ja... Vielleicht steht irgendwo mal was Genaues, was ich so machen könnte... Sollte... Achso, ja! Was wir jetzt erst mal machen, ist das Gespenst! Hallo, äh... Oh, ein Held! Ich könnte eure Hilfe gut gebrauchen! Ich weiß! Ich veranstalte einen kleinen Hühnerwettbewerb am Strand, hab da aber ein paar Problemchen mit Geistern! Ihr seid denn bereits losgeworden? Großartig! Ich kann meine Hühner-Arena wieder öffnen! Komm doch mal auf ein Spiel vorbei! Hä? Wieso hat es gerade geheilt? Wieso hat es gerade geheilt? Hä? Ah! Ah! Ähm... Seid gegrüßt! Ah! Ah! Hey! Ich kann nicht ganz folgen! Ja! Ja! Tut mir leid, aber das kapiere ich nicht! Ah! Ich kann nicht ganz folgen! Oh, oh! Wo bin ich? Pfff! Interessant! Ja! Hey! Wo bin ich? Hallo auch! Hey! Ja! Hey! Hey! Ja! Hey! Hey! Ähm! Ja! Wir sollten uns einmal etwas anderes anziehen! Attraktivität! Oh Gott! Ähm! Wo ist denn das? Das ist Phenomala! Ja! Doch! Das bringt es doch schon ganz schön! Ähm! Okay! Oh Gott! Wir waren doch schon hier unten! Aber der Geist! Die... Die Frau! Die... Die Frau! Die... Oh Gott! Ich glaube wir haben diese... Die... Das Sitze zu spät gemacht! Uninteressant! Ein Armbrust! Ja, komm her! Ah! Willkommen, Sir! Willkommen! Tach! Habt ihr vielleicht Interesse an einem neuen Sport? Ich nenne ihn... Hühnertritz! Hab ich erfunden! Sehr einfallsweich! Ihr müsst nur in den Ring treten... Und das Federvieh in den Punktbereich treten! Echt! Ganz einfach! Tja! Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren! Aber gewöhnlich sehe ich, wo sie landen! Wollt ihr es versuchen? So... Ihr müsst eure Waffen abgeben, Sir! Und Zauber sind auch nicht zulässig! Wäre ja nicht sehr sportlich, oder? Hm... Sind ja nur Hühner! Dann können wir anfangen! Viel Glück, Sir! Schicke Goldzähne! 10er! So! Mhm! 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 Alles klar! Wow! Recht gut und recht schlecht! Ein Treffer mit der rechts bringt 50 Punkte! Das ist nur Silber! Hallo! Das gibt's doch gar nicht! Nicht übel! Ein Treffer mit der rechts bringt 50 Punkte! Wieso kriegen wir die nicht bis auf 100 drauf? Das ist nur Silber! Das ist nur Silber! Ein Treffer mit der links bringt 50 Punkte! 50 Punkte! Hä? Ich versteh das nicht! Nicht übel! Schon wieder nur 50! Mama Mia! Ich dachte Hühner könnten nicht fliegen! Hm... Vielleicht habe ich ihnen nicht genug Blei gefüttert! Aber fair ist fair! Ich verneige mich vor eurer Hühnertrittfertigkeit! Hier ist der Hühnerhut! Oh! Wir haben schon gleich... Ich habe nur den einen! Erwartet also nicht weitere Hüte zu gewinnen! Kann ich euch für eine Partie Hühnertritt interessieren, Sir? Okay, jetzt haben wir auch schon den Hauptpreis gewonnen! Der Hühnerhut ist der Hauptpreis! Moment, ich kann schon mal zeigen! Ich finde den ziemlich lustig! Ähm... Ja! Das Killerhuhn! Oh! Oh! Wir müssen uns doch anständig benehmen! Oh! Ähm... Ja, das ist auch nicht sehr gewandt! Oh! Sagt gegrüßt eure... ...Lordschaft! Ey! Kapier ich nicht! Ja! Kapier ich nicht! Ey! Ich komm nicht ganz mit! Ja! Kapier ich nicht! Ich versteh das nicht! Ja! Das ist nicht sehr nett! Ey! Komm schon! Und... Ich komm nicht ganz mit!